Drei Läufer steigen in die Stachblöcke ein. Sie kauern in Startpositionen. Lauschen. Nichts passiert. Wann geht es denn endlich los? Es sollte doch schon längst losgehen. Ich kann bald nicht mehr. Wohin willst du denn, wenn es endlich losgeht? Weit weg. In Urlaub. Ach, ich freue mich schon so. Wohin denn? Australien? War zuerst der Plan. Dann dachte ich, dass Thailand ganz okay wäre. Oder Gran Canaria. Komm, mach es nicht so spannend. Wo soll es denn jetzt hingehen? Ihr glaubt es nicht. Ich fahre ein Wochenende in den Harz. Oh, super. Oh, Astrein. Bestimmt Wildcampen, ja. Das würde ich auch gerne. Ganz bestimmt, ja. Na, und ihr? Ich geh shoppen. Abu Dhabi? Nee, Leinefelder. Ja, ich brauche auch eine neue Hose. Und hab zugenommen im Lockdown. Ich hab mir eine schicken lassen. Habe dreimal zurückgeschickt, bis eine passte. Ich hab auch sowas gemacht, damit die Zeit vorbeigeht. Und du? Ach, ich träume seit Monaten davon, auf dem Fischmarkt in Erfurt einen Kaffee zu trinken. Oh, das ist ja auch traurig. Am Ende noch ohne Maske, was? Du Träumer, du. Man muss im Leben Ziele und Visionen haben. Sonst wird das nichts. Wir sollten jetzt loslaufen. Warum? Es ist ja noch gar nicht so weit. Egal. Hab keine Lust mehr, hier rumzuhängen. Ah, würdest du auch aufhören zu schwimmen? Wenn du ertrinkst? Nur weil du keine Lust mehr hast? Das ist was ganz anderes. Meinst du? Die Leute haben sich doch eh nicht an die Regeln gehalten. Stimmt. Deswegen haben wir ja auch immer noch so hohe Werte. Nein, 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 nein. Also, in dem Moment sollten wir jetzt auch noch Zeit haben, oder? Mausha und innych? Ja, nein, 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 ja, nein, 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 mãusha. Vielen Dank.